Guten Abend, ich danke Katrin Baumann für die Nominierung zur Ice Water Challenge 2014. Bevor ich mir selber einen Eimer Wasser über den Kopf gieße, nominiere ich Philipp Ortmann, Felix Bär und Christoph Eschmann. Ihr habt 24 Stunden Zeit, entweder euch auch einen Eimer über den Kopf zu schütten oder eben an die ALS Hilfe zu spenden. Viel Spaß!